Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch einen Test, die Cabri von Argento. Neuheit, 13 Schuss Batterie, zwei Anzinschnüre vorhanden. Wir haben hier Kaliber 30 Millimeter, also ein echter Oschi, 13 Schuss, 325 Gramm NEM, 21 Sekunden Brennlauer, blauer Feuertopf zu Titangold, Schweifaufstieg zu Titangoldweide mit blauen Spitzen und grünen Blinksterne. Man kann also gespannt sein, was das Ding so kann. Wir lassen uns einfach mal überraschen und ich hätte gesagt, wir legen direkt los mit dem Test. Der Cabri von Argento. Auf geht's! Argento Cabri Sehr, sehr geiles Seil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschau, macht's gut für euch. Bis zum nächsten Video. Tschau, macht's gut für euch.